Hallo zusammen. Ich habe heute erfahren, dass der Begriff Webinar markenrechtlich geschützt ist. Zur Vorsicht habe ich einige wenige meiner Videos aus meinem YouTube-Kanal rausgenommen. Ich werde diese Videos überprüfen, überarbeiten, damit ich den markenrechtlichen Bestimmungen gerecht werde. Ich bitte euch um euer Verständnis, wenn ihr jetzt das ein oder andere Video nicht findet, was ihr euch gerne nochmal anschauen möchtet. Es wird in den nächsten Tagen überarbeitet, wieder eingestellt. Auch nicht wundern, wenn ihr eine Mitteilung über ein neu eingestelltes Video bekommt und ihr erkennt, dieses Video gab es doch schon einmal. Also nochmals bitte um euer Verständnis und ich würde mich freuen, wenn ihr meinem YouTube-Kanal treu bleibt. Euch wünsche ich weiterhin viel Freude mit eurem Keyboard und mit der Musik.